Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Herzlichen Glückwunsch bei der 3-1-Sieger, die GmbH-Zollburg. Stefan, ihr habt eigentlich insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert, habt einiges auf den Platz gebracht. Es hat nicht gereicht, zumal ihr aufgrund des frühen Gegentors in einer schwierigen Situation wart. Wie hast du es erlebt? Eigentlich erst einmal dem Gegner, Gratulation an der Manni Eckstein zum Sieg. Und ich denke mal, für die DJK Mühlburg war es auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, dass wir im Finale waren. Es ist natürlich blöd, wenn man dann gleich nach drei Minuten durch einen individuellen Fehler so ein Gegentor bekommt. Aber im Großen und Ganzen denke ich doch mal, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Die Fans haben was gesehen, man hat heute was zu sehen bekommen und ich denke mal, da können wir stolz drauf sein. Und jetzt konzentrieren wir uns dann noch auf die Runde und haben noch vielleicht möglich, einen Fest zu feiern mit dem Aufstieg dann. Ist die Enttäuschung groß? Das glaube ich nicht, ich denke mal. Jeder ist froh, mal in so einem Finale zu stehen. Auch für mich war es das erste Mal. Und natürlich, ja, enttäuscht ist man. Aber ich denke mal eher, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben und das überwiegt dann. Ja, wie bewertest du den Weg durch diesen Pokal insgesamt? Ich denke mal, es war ein harter Weg und wir haben da gezeigt auch schon vorher, dass wir Kreisfliegisten geschlagen haben, nicht nur einen. Und sind da eigentlich souverän ins Finale gekommen. Und deswegen ist er ja der Stolz darauf an die Mannschaft auch den Weg dorthin geschafft zu haben mit der Leistung. Und das denke ich mal, ist nicht so einfach, da hinzukommen. Ihr seid ja auf Platz 2 in der A-Klasse. Ja, wird sicherlich, also da habt ihr euch ja sicherlich auch noch einiges vorgenommen. Ja, deswegen heute wird natürlich trotzdem ein bisschen gefeiert. Und aber am Sonntag geht es gleich wieder weiter und da ist die Konzentration drauf. Das ist auch ja unser erstes Ziel, dass wir den Aufstieg mal dieses Jahr schaffen. Vielleicht über die Relegation oder auch direkt, wer weiß, was noch passiert. Und da geben wir jetzt Gas weiterhin, dass dann am Sonntag wieder der Weg dorthin bleibt, dass wir es schaffen können. Stefan, ich danke dir vielmals für das Ende und wünsche noch viel Erfolg. Gerne, Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen.